es zählt als wache okay und die wache merkt die kleidung ich glaube da war eine hunde gewesen ja auch noch hunde heute gibt es hundefleisch heute ok jetzt geht es rund mit den jungen hund zu essen was jetzt geht es rund Okay. Tja, David ist hier erledigt damit, mit ihren Hundenarmee. Was ist das Geräusch hier? Das ist ein Magazin hier. Oh, jetzt kommt ein Hundefleisch. Violett ist das Gehirn. Das ist für eine spätere Quest. Okay. 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 ist doch ein gegner schluck scotch Okay. Aga. Es ist scheiße. So richtig scheiße. So richtig scheiße. So richtig scheiße. Es ist einfach viel zu viel Gegner hier. Es ist einfach viel zu viel. mehr nicht was ist das für ein riese der hat einen scheiß deine verwaffnung ist unten oder was ist das für ein was ist das für ein weg hier sein noch mehr geckos zum beispiel ihr schwefel könnte es sein dass kirk kirk oder externe war zermügel da ist noch irgendwie alle zermügel deshalb gleich noch hier bisschen mehr vom von guten stoff vom aufheisteten namen noch mal vom schwefel haben möchte hier chance karte stealth boy Kaffeetasse, Kaffeetasse, Kaffeetasse Kaffeetasse, Kaffeetasse, nicht markiert, so das ist dass der hoover damm ist da und das hier sollte ich habe keine ahnung ich entweder sollte die straße sein hier ja ich vermute mal so die straße die hauptstraßen sein einmal die 15 ja sind die es ist die muss ja ungefähr weg sein aber dort ah come on das kekos jetzt einfach müsste hier entgehen zu den kurs kann zu kommen mir war so oder muss ich da zwischendurch bei den geckos sieht irgendwie nah da aus wie gesagt ich hab den großkern wieder hin gekommen bin keine ahnung doch nicht dann vielleicht doch hier entlang handelt lichte draußen ist ab du es da ist die markierung von den großkern kann gut möglich sein ich kann mich nicht erinnern dass es hier entlang geht großhörner doch doch war doch hier entlang so 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 theoretisch kann jetzt mein kostüm ausziehen die sollten eigentlich nicht hierher kommen speicher nochmal ok wechsel so so